So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 13. Ich bin es mit eure Boom36 und wir machen nun hier dieses Missionsziel. Soweit ich weiß, halten die nicht viel aus. Oh... Das sind natürlich sehr viele. Wie viele sind das denn? Das ist ja echt ganz schön nervig. Oh man, ja, ja. Sie vermehren sich. Aus. Hier wird nicht vermehrt. Moment mal. Klagschrei? Oh, dreiß es doch hoch in den Schockzustand, bitte. Okay. Okay. Ich muss mich wieder vermehren. Oh, ich glaube es aber nicht. Okay, wir müssen es erst den besiegen. Unbedingt. Okay. Jetzt muss ich kurz mitteilen, das hat so keinen Sinn. Wenn man es so weitergeht, kann ich Odin benutzen. Okay, nicht nur wenn es so weitergeht, dann kann ich Odin definitiv benutzen. Odin. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Okay, ich hab's geschafft. So, ich hab's jetzt schon erfüllen. So, geschafft. Puh. 30.000 Kristallpunkte. Ähm, wohnen sich doch. Mission erfüllen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das hab's für heute. Das hab's für heute. Das hab's für heute. Out. 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 5 5 5 5 10 10 10 10 11 So, tschüss. Meine Güte. So, geschafft. So, der hat uns nicht gesehen, dann kann man das schnell machen. So, Angriff. Angriff. Ups, lach. So. Der hat uns auch nicht gesehen, dann machen wir den eben schnell. So, Angriff. Gibt hier keine Weglager, ja? Und da renne ich jetzt einfach vorbei. So. War klar, dass ich bei den drei Viechern natürlich nicht vorbeikomme. So, der wird auch gleich weg sein. Oh, kommt schon. Geflügeltier. Geht's mir aus dem Weg. Okay. Geht's mir aus dem Weg. Geht's mir aus dem Weg. Geht's mir aus dem Weg. Zehrge 데리ini zu、 den Auflage. Wir gehen aus dem Weg. Nerus. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Auf geht's. Jetzt haben wir uns die nächste Mission ab, ne? Das war's für heute. Okay... Out of my way! Out of my way! Out of my way! Die lieben Bomber! Bomberseele! Zwei Metallbänder, okay? Und zwei Teilchenbeschleuniger! Ach komm schon! Ich hab keinen Bock auf dich! Na gut! Du bist halt gleich tot! Angriff! 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 Bis dahin! Ciao, ciao! 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 Ciao!